genau so ist es der kapitän marco reuss voll fuß hat gesagt leipzig waren wie in einem belang ein stück besser sagen auch die zahlen zweikampf stärker bei besitz gehabt mehr tor abschlüsse was hat dem dvb heute gefehlt marco ja genau das was leipzig uns vorgemacht hat wir haben die erste halbzeit war komplett vergessen damit seit halbzeit umgestellt auf vierer kette was uns einfach deutlich besser liegt weil wir einfach viel aktiver sind als in der fünferkette und zudem in der fünferkette haben wir dann ein mann eigentlich weniger im zentrum der mit uns pressen kann damit kommen wir gar nicht klar das müssen wir ganz klar sagen zweiter halbzeit war dann besser fand ich besser rausgekommen aggressiver machen das 1-1 2 zu 1 es geht einfach zu einfach ich meine leipzig hatte zusätzlich noch viele viele möglichkeiten um früher vielleicht den sack zu zu machen haben wir sehr viel glück und zwar eine verdiente niederlage wir haben so bitterer das ist dass sie so zustande gekommen ist wenn das tor von ihnen noch mal gucken war wunderbar rausgespielt das 1 2 1 zwischenzeitlich toll von meni wir sagen immer der eigentlich gibt der stimmer den pass vor was von ihm so dass sie gesehen haben da ist eine gasse ich bin bloß dabei kam gut ganz ehrlich ist das doch scheißegal mich gibt es gar nicht jetzt schreckt einfach mehr auf dass wir das spiel verloren haben wir wussten vorher dass es das leipzig noch noch aggressiver ist als unter den extremer und wir haben es gar nicht angenommen und das ärgert mich am meisten und über die art und weise marko da möchte ich nachfragen weil wenn sie sagen wir haben es gar nicht angenommen das verstehe ich nicht es geht ja um so viel wie kann man denn sagen wir haben es nicht angenommen ja sie waren einfach aggressiver eine eine mannschaft ist halt aggressiver als die andere und wir haben es einfach nicht geschafft auf augenhöhe zu sein in aggressivität in der in der bereitschaft in der spieleröffnung das war einfach zu langsam zu wenig angeboten was der zweite halbzeit besser geworden ist aufgrund der umstellung aber im gesamten war das zu wenig ja am ende sind sie uns einfach die kölner rausgegangen nach den letzten wochen aber klingt schon ein bisschen ernüchtert wir brauchen jetzt gar nicht über die bayern reden die heute gewonnen haben und vier punkte wechseln oder sind jetzt über ihn so das ist so richtige ernüchterung hier nach 90 minuten rb das ist keine ernüchterung sondern einfach die wahrheit dass wir heute einfach ja natürlich nicht verdient haben weil wir weniger zweikämpfe gewonnen haben weil wir weniger torschen erzwungen haben das ist für mich einfach ein bestand dass wir einfach zu wenig investiert haben für so ein spiel und dann ja vernehmen wir das spiel